Zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Wie geht es deinem Körper, wie geht es den Muskeln? Also wenn ich ehrlich bin, heute in der Früh war es schon ein bisschen anstrengender zu aufstehen, aber ich glaube morgen wird es umso schwerer, weil wie gesagt, zwei Tage hintereinander, ein Match, das halte der Körper nicht mehr so richtig durch, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie darf man sich dein Regenerationsprogramm jetzt vorstellen? Jetzt werde ich mal so 20 Minuten ins Eisbord gehen, dann vielleicht eine Stunde ins World Bowl, kurz durchmarschen lassen und dann sechs Bier trinken. Jetzt sind zwei Spiele vorbei, dein Fazit zum gestrigen Spiel, zum heutigen, sportlich, aber auch aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wie der Haas schon gesagt hat, solche Events sind immer super, ich glaube auch für die Leute, es waren wieder zahlreich Menschen da, denen uns taugt, uns Spülern taugt zwei Meter, wenn wir uns treffen und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass alle zusammenkommen und zusammen Spaß haben. Und du hattest Spaß? Sehr viel Spaß!